Bhagavad Gita, Vers 4.30 All diese Yogis, die die wirkliche Bedeutung von Opfern kennen, werden von allen sündhaften Reaktionen gereinigt, und nachdem sie den Nektar, der Überreste solcher Opfer gekostet haben, gehen sie in die höchste ewige Atmosphäre ein. Erklärung Aus der vorangegangenen Erklärung der verschiedenen Opfer, nämlich Opfer des Besitzes, Studium der Veden oder philosophischer Lehren und Ausübung des Yogasystems, kann man ersehen, dass alle Opfer das gemeinsame Ziel verfolgen, die Sinne zu beherrschen. Sinnesbefriedigung ist die Ursache des materiellen Daseins. Solange man sich daher nicht auf einer Ebene befindet, auf der es keine Sinnenbefriedigung gibt, ist es nicht möglich, auf die ewige Ebene allumfassenden Wissens, vollkommener Glückseligkeit und vollkommenen Wissens erhoben zu werden. Diese Ebene liegt in der ewigen Atmosphäre, der Brahman-Atmosphäre. Alle oben erwähnten Opfer helfen einem Menschen, von den sündhaften Reaktionen des materiellen Daseins gereinigt zu werden. Durch diesen Fortschritt wird man nicht nur in diesem Leben glücklich, sondern geht auch letztlich in das ewige Königreich Gottes ein, indem man entweder mit dem unpersönlichen Brahman verschmelzt oder mit dem höchsten persönlichen Gott, Krishna, zusammenkommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 von den K Vielen Dank.